Hallo, hier ist euer Silberfuchs. Als erstes muss ich euch enttäuschen, es geht heute nicht um Münzbaren, die dienen nur als Kulisse. Ich möchte heute einen kleinen Aufruf starten und euch auf etwas hinweisen. Und zwar am 8. und 9. November, Freitag und Samstag, findet dieses Jahr wieder in München die Rohstoff- und Edelmetallmesse statt. Die ist im MVG-Museum, das ist ein ehemaliges Straßenbahndepot, das zur Messestätte umgebaut wurde. Und an zwei Tagen von 10 bis 18 Uhr sind dort viele Stände aufgebaut und zwei Bühnen, wo man so 200-300 Sitzplätze hat und wo alles Mögliche an bekannten Leuten aus Wirtschaft, Politik, Finanzen usw. Vorträge hält. Es sind auch immer wieder Minenaktienbetreiber, die sich vorstellen. An diesen beiden Tagen kann man über die Messe schlendern. Man kann auch an mehreren Münzständen Edelmetalle erwerben. Also es sind renommierte Stände wie Emporio und Filoro und so. Dann hat man die Möglichkeit, auch ein paar YouTubern über den Weg zu laufen. Zum Beispiel der Silbermatze, der Silberpapst Markus, die Gesundheitsfee Silke. Also meine Wenigkeit, die werden alle da sein. Ich bin jetzt dieses Jahr zum dritten Mal dort. Die letzten beiden Jahre waren sehr toll, muss ich sagen. War eine tolle Erfahrung. Worauf ich vor allem hinweisen möchte, ist, dass am Samstagabend vom Silberpapst Markus ein YouTuber-Community-Treffen ausgerichtet wird. Das findet immer im Rahmen von diesem Messewochenende statt. Da kann man sich auf seinem Kanal, kann man sich das Informationsvideo anschauen und sich anmelden, wenn man teilnehmen will. Also ich habe die letzten Jahre immer tolle Erfahrungen gemacht. Da kann man sich austauschen mit gleichgesinnten und interessierten Leuten. Und ich möchte auch nicht voranhalten, wer so alles auf der Messe ist. Also die Messe ist relativ klein, man läuft sich über den Weg und man trifft dort Leute, die man eigentlich sonst nur aus YouTube oder aus dem Fernsehen oder von irgendwelchen Beiträgen auf Wirtschaftsseiten kennt. Ich sage mal ein paar Namen, die in den letzten Jahren auf der Messe gewesen sind. Der Thomas Bachheimer, Dr. Bruno Bandulé, die machen dann auch Vorträge. Zum Teil sind die so gut besucht, dass man stehen muss, obwohl 200-300 Sitzplätze vorhanden sind. Uwe Bergold, Markus Blaschock, Peter Böhringer, Markus Busler, den Dr. Marc Faber, der war schon da. Friedrich und Weig, also es sind schon richtige Popstars, der Szene zum Teil. Auch der Thorsten Schulte, der Silberjunge, den habe ich schon gesehen, Vorträge halten. Volker Hellmeier, sehr interessant gewesen. Markus Koch, den kennt man von den Wirtschaftsfernsehen, wenn die Börsenberichte kommen. Dr. Markus Krall, sehr toll. Frank Mayer, der hat sogar durch die Veranstaltung geführt praktisch als Host, könnte man sagen. Dirk Müller war auch schon dort gewesen. Prof. Dr. Max Ottke, Thorsten Polleit war schon dort. Johann Seiger habe ich schon gesehen, eine Koryphäe, also anders kann man es nicht nennen. Dimitri Speck war sehr toll. Roland, Peter Stöferle, Roland Tichy. Und ich hatte es speziell Vergnügen, Egon von Greyerz zu sehen. Auch eine lebende Legende in dem Metier und mit dem habe ich tatsächlich ein paar Worte wechseln können, ein paar Minuten mich auf Englisch unterhalten. Also der hat überhaupt keine Allüren, mit dem kann man reden, wie mit einem ganz normalen Menschen. Das war ein super tolles Erlebnis für mich. Wenn ihr auch Lust auf sowas habt, also da mal die Leute hautnah zu sehen und euch die Vorträge anzuhören, die alles sehr interessant und erhellend sind und auch da diversen YouTubern zu begegnen und an dem Treffen teilzunehmen, dann überlegt euch da hinzukommen. Der Eintritt ist, glaube ich, 10 Euro pro Tag. Man kann sich aber auch registrieren lassen und dann Tageskarten bekommen, dass man keinen Eintritt bezahlt. Im Austausch gegen seinen Datensatz natürlich. Wollte ich nur erwähnen, die Möglichkeit. Und ansonsten kann ich es nur jedem ans Herz legen. Das war es von mir, euer Silberfuchs.